Hallo Freunde, heute eine kleine Werkstattvorstellung, eine Werkstattrunde. Simon hat ja gerade schon mein Kabelmanagement gezeigt. Das ist das nächste, was hier passiert, keine Sorge, also Licht und Strom ist noch nicht fertig, offensichtlich. Aber alles andere ist soweit eigentlich, ja, ich sag mal, nutzbar. Also, Herzstück meiner Werkstatt natürlich ist diese wunderbare HBM-Kreissäge, eine Formatkreissäge. Die kleinste, die es halt preislich so gibt. Trotzdem sehr teuer, also, ne. Und ja, ich weiß, hier kommt normalerweise so Schutz drauf und hab ich alles da. Also, und ich arbeite natürlich auch nur mit dem Schutz da drauf. Sonst würde ich das natürlich nicht tun. Ansonsten, alte Werkbank von meinem Opa, eine alte Hobelbank. Die ist auch schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden ab und zu, aber dafür muss man nicht aufpassen, dass man mal eben, weiß nicht, reinbohrt oder so. Das passiert halt mal. Ich könnte sie mal wieder ordentlich machen, aber naja. Im Endeffekt hier sieht man auch ziemlich gut, wie ich so funktioniere im Kopf. Also, mein Monkey-Mind. Ich weiß ganz genau, wo welche Werkzeuge hängen. Also, glaubt nicht, dass ich was nicht finden würde. Und ich hab das schon so ein, ja, ich hab schon ein System, möchte ich behaupten. Also, wenn ich zum Beispiel leime, geh ich an diese Werkbank, weil ich mir die hier nicht verwursteln möchte. So, und deswegen hab ich hier die ganzen Klemmen und Zwingen und so einen Quark. Leime hab ich da unten. Und dann, äh, Lappen hab ich auch griffbereit. Also, es ist schon so vom Workflow. Niemand anderes findet sich hier zurecht, aber der Yannick schon. Genau, und dann da hinten hab ich halt meine ganzen Kisten und Materialien. Kleber und noch eine Säge. Hier, das ist alles von Alberts. Also, alle Winkel und Haltung und, ach, weiß ich denn alles. Farben hab ich hier. Ein Hobel, meine Schleife, mein Spandschleifer. Eine Bandsäge. Kettensäge, auch wichtig, wenn's mal gröber wird. Das Ding hier ist auch ziemlich geil. Das muss ich, ähm, das werde ich irgendwann mal vorstellen, vernünftig. Das ist eine Alaskan Sawmill. Also, da hängt man quasi die Kettensäge rein und kann dann Bretter aus einem Stamm zum Beispiel sägen. Hab ich noch nicht ganz gemacht, beziehungsweise ich hab's einmal probiert, weil das ist mir meine Kettensäge kaputt gegangen dabei. War vielleicht ein bisschen, naja, zu dicker Stamm, zu kleine Maschine. Deswegen, vielleicht irgendwann mal zeig ich euch, wie das richtig funktioniert. Da ist natürlich Holzmaterial, alles, was ich so, äh, an... Ja, ich schmeiß nix weg. Also, das sieht man, ne? Ich hab, äh, für ganz kleines Holz ist hier, wenn, wenn Abschnitt Holz, dann schmeiß ich einfach nur von der Säge rein. Das kommt auch wirklich weg. Das brauche ich nicht mehr. So, und alles andere, längeres Zeug da oder hier, ganz langes da oben. Bretter und so ein Krimskrams hab ich auch. Plattenmaterial da in der Ecke. Also, ich hab schon so was ähnliches wie Struktur. Möchte ich behaupten. Über die Kreissäge will Simon nochmal ein separates Video machen. Ähm, ja, die ist schon ziemlich geil. Ich mach nur ganz kurz eine Vorstellung, ja. Klar, hoch runter geht sie. Also, wär ja auch doof, wenn nicht. So, ne? Das heißt, da kommt das Sägeblatt raus. Hier, mit dem hier kann man die kippen. Bis zu 45 Grad. Also für schräg schneiden. So, und dann hast du hier einen Anschlag. Den hab ich hier unten drin liegen. Den kann man dann hier so draufpacken. So, und was macht ein, äh, was macht eine Kreissäge zu einer Format-Kreissäge? Das ist ein schiebbarer Tisch. Das ist halt ziemlich nice. Du musst halt nicht mehr dein Material über ein Brett schieben, sondern du legst halt einfach hier drauf. Und schiebst den Schlitten einfach dran vorbei. Format-Kreissäge. Ist eine sehr kleine Format-Kreissäge, aber für mich Hobbyhandwerker reicht das voll und ganz. Das Wichtige ist, dass man auch lang Material sägen kann. Und deswegen hab ich mir die Kreissäge, oder beziehungsweise das Fenster, auf Höhe von der Kreissäge gemacht. Damit ich lange Sachen hier einfach reinschieben kann und schneiden kann. Normalerweise, da wo Simon jetzt gerade steht, hier in der Ecke, steht meine Kappsäge. Ne, genau gleicher Hintergrund. Man kann sie durch die Tür rein, alles abkappen. Hab ich aber im Moment in der Baustelle, weil ich muss ein bisschen auch arbeiten. Hier, Akkuschrauber, Heißkleber. Ne, alles von Einhell. Ihr kennt mich, hab ich mal gesponsert bekommen. Schon lange nicht mehr, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden mit den Materialien, mit den Geräten. Stichsäge ist einfach nur eine No-Name. Da hab ich auch eine Geschichte zu. Und zwar, ähm, wollte ich mir einfach mal neue Sägeblätter kaufen. Für, äh, für meine Stichsäge damals. Und, äh, die sollten irgendwie 18, 19 Euro kosten. Und für 21 Euro, hab ich die Säge inklusive einem Paket Sägeblätter bekommen. Das heißt, ich hab 3 Euro mehr bezahlt und hatte eine neue Stichsäge dabei. Und die tut es. Also die ist super. Hier, das hier auch. Dong-Jang. Tipp-Topp-Marke. Nein, also wirklich, kein Spaß. Ist relativ günstig von Amazon. Bis jetzt hat die mich noch nicht in den Stich gelassen. Also, hier die dicke Schrubbscheibe drauf. Ähm, also, was heißt Schrubbscheibe? Ne, das ist für, eigentlich ist das für, ähm, so Kleber wegmachen. Auf dem Parkettboden. Parkettboden. Ähm, ich nutze halt zum Schleifen, äh, zum Schnitzen. Das hier ist auch so ein Schnitzding. Damit mach ich demnächst auch mal ein paar mehr Videos. Kann man halt schön, ja, so. So, wie heißt denn das? So coolen. So Löcher. Naja, ne, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Also, man kann Hohlräume schnitzen damit. Wenn Schnitzen das richtige Wort ist. Das Teil hier, hab ich auch feiern gelernt. Das ist ein Kreissägeaufsatz für die Flex. Macht mega Spaß. Also, man kann schneiden. Man kann damit auch schleifen. Ist natürlich alles ein bisschen gefährlich. Aber, ne, deswegen Schutzbrille. Griffbereit. Ihr Leute. Ich hab mir das ernsthaft, hab ich mir das zur, zur, zu, zu, zu Herzen genommen. Ja. Ihr habt recht. Setzt doch einfach eine Brille auf. Das Problem war, ich hab sieben Brillen gehabt. Die waren nur nicht griffbereit. Und deswegen hängen die jetzt hier. Zwei Stück sogar. Hier, ne. Wenn ich mal hier auf Elecate Skywalker machen will. Aber ich hab sie wirklich griffbereit. Und ich nutze sie auch. Ähm, ja. Auf jeden Fall genau das Gleiche mit meinem Kopfhörer hier, ne. Kopfhörer hängt genau hier. Ja, warum? Ja, ich muss mal eben mein, mein, mein Ding hier schleifen. Mein Bohrer oder meine, meine Stechbeitel oder sowas, ne. Ja, geht mal eben dran. Das Ding ist laut. Setz dir mal da auf den Kopf. So. Oder, ne. Kreissäge. Ich muss mal eben so. So, zack. Ohren und Augen sind safe. Handschuhe. Hab ich mir. Da hab ich mir auch was bei gedacht, tatsächlich. Ich hab überall Handschuhe rumfliegen gehabt. Jetzt hab ich mir einfach so ein Korb hier an die Wand gehangen. Immer wenn ich Handschuhe brauch, zack, da rein. Super. Also, das ist so. Ah, ich liebe es. So, aber was hab ich noch hier hängen? Ja, hier den hier. Das hier ist ja die Mutter aller Sägen. Wenn's mal nicht, äh... Wenn mal irgendwas nicht durchgeht, schön. Elektrischer Futschschwanz. Futschschwanz. Elektrischer Futschschwanz. Oder Pendelhubsäge auch genannt. Ist gut. Ist gut, dat Ding. So, hier hab ich meine Kreissäge-Blätter hängen. Wenn ich mal was tauschen muss, also für Länkschnitt, Querschnitt und so einen Klipsgams, Die Handwerker unter euch, ich bin auch einer, ich mache das, ich wechsle, also wirklich, mache ich wirklich. So, was habe ich hier noch? Bova-Sets natürlich, meine Bits, alle Bits. Au, zwei Sachen noch zu, also, Bits, ich bin immer nur am Suchen, ne? Also ich habe mal angefangen mit hier so Päckchen und auch richtig vernünftig und so. Zu Bits kann ich nur sagen, macht euch einfach irgendwo einen Magneten dran, wo ihr die wichtigsten Bits direkt am Akkuschrauber habt, super smart. Und dann in der Werkstatt einfach eine Kiste, oh, ich habe ein Bit gefunden. Puck, in die Kiste, zack, fertig. So, deswegen steht die hier so, ne, wenn ich mal eben ein Bit hier irgendwo gefunden habe, mache ich aber so einen auf Basketball, genau das gleiche mit Schrauben. Das ist meine, ähm, ich bin ja ein Upcycler, ich will ja nichts wegschmeißen. So, und immer wenn ich mal eben einfach nur eine Schraube brauche, äh, ja, finde ich, tack, auf einem Tablett wird mir quasi so präsentiert. Und, wenn ich hier, weiß ich nicht, ich finde jetzt irgendwo eine Schraube, jetzt habe ich hier, ich habe natürlich aufgeräumt heute, warte, oh, eine Schraube, so. Das ist kein Handgriff, bam. Und man freut sich, weil man so ein bisschen kobe. Ja, also das sind so die Tipps, die ich habe für euch. Ansonsten, hier, lange Quelemmen, die sind auch ziemlich nice, wenn man mal irgendwie so, ich sage jetzt mal einen Tisch oder so, also was Breites verleihen möchte. Hier, das hier, alle Schraubenzieher, die ich habe. Und dann sehe ich hier unten, aha, was brauche ich denn gerade? Ich brauche einen großen Kreuz. Haha, direkt ja, so, ne? Ich brauche einen großen Schlitz. Oh, zick, da. Hier ein Hammer, da ein Hammer. Weil, das sind drei Schritte. Und wenn ich hier einen Hammer brauche, ne? Dann habe ich hier einen Hammer. Pop. So. Und jeder von euch hat mindestens einen Hammer. Simon, wie viel Hammer habt ihr zu Hause? Ne, dreistellig. Dreistellig. Das ist kein Spaß übrigens. Also Simon, wir waren letztens bei Simon in der Werkstatt. Oder ich sage mal Simon, schräg, schräg, Simons Vater. Die haben wirklich 100 Hämmer. Das ist, naja, egal. So, was willst du mir noch zeigen? Mein Radio, State of the Art Technik. Ich bin zum Teil mit meinen Großeltern aufgewachsen. Und meine Oma, sag ich immer, die war meine Erd. Habe ich aber auch einen Gedanken zu. Und zwar, ich bin ja oft hier am Filmen oder so. Da möchte ich einfach nur irgendwie Musik laufen haben. Und manchmal möchte ich einfach auch nicht gestört werden. So mit dem Handy oder so. Und Radio. Dann tust du dein Handy weg. So, da hinten irgendwo im Haus. Und dann hörst du einfach Radio. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist meine Werkstatt. Jetzt versteht ihr, glaube ich, ein bisschen besser, wie ich so funktioniere und arbeite. Ne? Also das ist wirklich... So sieht, glaube ich, auch der Inhalt meines Gehirns aus. Alt, rostig und komplett durcheinander. So, bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.